Wer ist denn da? Christian, Christian Alderson bin ich. Also ich melde mich gerade aus FINEXICO Firma, Herr Meier. Aus Mexiko? Sie haben bei uns ein Anmeldung. Ne, nicht Mexiko, FINEXICO. Ach so. Ja, Sie haben eine Anmeldung beim Bitcoin Air gemacht. Ah, der Bitcoin-Mann, ja. Ja, Mann. Bitcoin Air, ja, richtig. Okay. Okay, wie haben Sie denn eine Anmeldung gemacht? Mit dem Handy, Computer, Laptop? Ja, mit meinem Computer. Computer, okay, super. Ja, ja. Ich habe den Computer an jetzt. Ich habe den wieder ausgemacht. Okay, können Sie es nochmal anschalten, bitte? Den Computer. Ja, den Computer. Ja, na klar, Mann. Einen Moment. Ich ziehe nochmal an meinem Typ. Okay. Und wie alt sind Sie, Herr Meier, wenn ich fragen darf? Ich bin 27. 27? Ja. Und was machen Sie beruflich? Ich bin Baggerfahrer. Okay. Das ist einfach so. Sind Sie ein bisschen krank, mit was ich merke? Nein, ich habe das beste Gras im ganzen Elbenwald. Und ich habe jede Menge davon. Okay. Und haben Sie Erfahrung im Online-Trading? Nein. Also ich habe mein Gras mal im Darknet bestellt, aber die Bullen haben die Lieferung abgefangen. Okay, wir werden es Schritt zu Schritt zusammenmarken. Also, ähm... Sie wissen schon, dass mindestens der Betrag ist 250 Euro, oder? Ja, Mann. Entspann dich und nimm erst mal einen tiefen Zug. Ich habe das beste Sumpfkraut, Mann. So, ich habe den Computer jetzt angemacht. Okay. Dann können Sie nochmal beim Google gehen. Gehen Sie beim Google und schreiben Sie dort finexsico.com. Ja, Mann, bitte. Bitte, ich bitte darum. Okay. Friedrich, Ida, Nordpol. Warte mal. Friedrich, Ida, Nordpol, ja. Emil, X. Warte, nochmal. Nochmal was? Friedrich, Ida, Nordpol. Emil, X. Ein ganz normaler X. Ida nochmal. Ja. Cesar. Ha, was? Ach, Cesar. Cesar, Otto, Punktcom. Das hört sich aber an, Punktcom, ja, wie Mexiko, Mann. Bist du Mexikaner? Team Mexiko. Hablo espanol, Señor. Nee, leider nicht. Ich kann kein Spanisch sprechen, aber wenn Sie Spanisch sprechen wollen, dann kann ich Ihnen mit einem Kollegen von mir verbinden. Nein, das war, war es nur eine Frage. Weißt du, je mehr, je mehr Beland ich intus habe, umso mehr Sprachen spreche ich. So. Seit 15 Minuten kann ich auch Russisch sprechen. Okay, sind Sie, äh, also haben Sie finnexsico.com geschrieben? Ja. Und was kommt? Die Internetseite kommt an. Kommt an die Internetseite. Also rechts oben können Sie, ähm, die Sprache ändern, oder? Ja, weiß ich. Dort wo Englisch steht. Ja, ja. Okay, und, ähm, in der linken Seite steht anmelden. Und ich wollte Ihnen auch fragen, ähm, was für eine Kreditkarte benutzen Sie? Benutzen Sie ein Visa oder ein Mastercard? Nee, wir haben so eine, ne, crack die Visa-Karte. Visa-Karte? Ja. Okay, Sie benutzen diese E-Mail-Adresse auch. maya.tisis.ru Also Richard Uldrich am Ende. Ja, das ist eine Seite von den Russen, Mann. Da kommen die Bullen nicht drauf. Verstehst du das? Okay. Alles klar. Ich werde Ihnen ein E-Mail senden. Klasse. Es kommt von mich, von Michael Weber. Das ist ja aber nicht dein Name, oder? Gut, gut. Nee, nee, nee. Michael Weber, äh, ist Direktor der Finanzabteilung. Klasse, Mann. Stress-Link bekommen Sie es. Aktualisieren Sie mal Ihr Posteingang. Gehen Sie beim E-Mail. Alter, ich bin so breit, Mann. Ich passe nicht mehr durch den Zudel durch. Okay, sind Sie bei E-Mail jetzt? Weil wir haben auch nicht so viel Zeit. Innerhalb der Stunde müssen wir... So haben wir Feierabend. Also, gehen Sie erst mal bei E-Mail. Haben Sie den E-Mail von Michael Weber bekommen? Ja, das kleine Moment. Ich habe gerade aus Versehen das weggedrückt. Weil mein Kumpel, der wollte mir das noch an Vorderzieger in Gmail schicken. Okay. Also, einen Moment bitte. Ist das in Ordnung? Okay, haben Sie es bekommen? Ja, warte doch. Voller Zieger. Okay. Drauf steht auch ein Link und ein Wallet. Ja, Mann. Wenn Sie es bekommen haben. Haben Sie es? Ist es nur noch eine Frage von Sekunden. Warte mal. Hier, aber vor der Ziege ist noch nichts angekommen, Mann. Also, aktualisieren Sie mal die Seite, bitte. Ja, mache ich, Mann. Ja, Mann. Da ist sie. Okay. Du bist der beste Mann. Danke. Du auch. Ja. Okay, haben Sie den E-Mail bekommen? Stimmt, bist du auch 420-friendly, Mann. Nochmal, bitte? Ich habe gefragt, ob du 420-friendly bist. Ja, sagst du mir, was sagst du? Was denkst du? Ja, ich weiß das ja nicht. Gegen 30 und 40. Was? 30 und 40? Ja, gegen 30 und 40 bin ich. Was? Ich habe dich gefragt, ob du gern Haschisch rauchst, Mann. Nee, Haschisch, habe ich schon mal geraucht. Ja, Mann. Aber das war, das, das, das war vor, von 5 Jahren. Jetzt nicht mehr. Ja, warum nicht, Mann? Ich dachte, du bist mein Dealer. Weil ich muss arbeiten. Ja, das ist ja nicht. Manchmal, am Wochenende, am Wochenende dreh ich mal eine, aber nicht so oft, ne. Also nicht jeden Tag. Ja, Mann, das ist toll, Mann. Das habe ich Respekt vor. So, Marihuana und Ahol. Ist auch Respekt für dich auch. Alter, ist einfach so. Hast du ein Kippe in der Hand jetzt, oder wie? Ja, Mann. Okay, dann, äh, wir werden es so machen. Äh, die Visa-Card hast du dort, oder? Ja, Mann, das ist so eine ge-crackte aus dem Darknet, Mann. Wir laden die immer mit geklautem Geld auf. Okay, Guthaben hast du auch drauf, oder? Ja, Mann, das ist ja alles ge-crackt, Mann. Okay, ähm, und wie bestätigen Sie Ihre Transaktionen, meine ich? Also bekommst du eine TAN-Nummer von der Bank, oder hast du eine App? Ja, wir haben dem Typ nicht nur das, wir haben dem Typ nicht nur die Visa geklaut, sondern auch sein Handy. Nochmal? Ich habe gesagt, wir haben den Typ nicht nur sein Handy. Lukus! Was? Lukus, Lukus, ich, ich habe einen anderen Termin leider jetzt, ich verbinde Ihnen mit meinem Kollegen, okay? Ja, gib mal jeden Stich. Schreiben Sie dran, ich verbinde Ihnen mit meinem Kollegen. Sie sind, äh, also, der raucht auch manchmal. Okay, halt. Okay, so, hallo, schönen guten Abend. Hey, was geht? Was hast du heute geraucht? Die erste Frage, wie viel hast du heute geraucht? Eine oder zwei? Drei, drei Tüten, Mann, Alter. Ich rolle... Drei, Mann! Mh, Alter, wie war, war das gut, oder? Ich rolle gerade die vierte, Alter. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Wie, ich beneidige dich, Mann. Ja, mal, komm rüber, Mann. So, Alter. Alter, wir haben genug Tüten. Nein, Mann, leider muss ich... Ah, Mann. Ich habe nicht genug Zeit jetzt, ne? Warum denn? So. Ich kann leider nicht, ich bin in der Arbeit, Mann. Okay, so, machen wir es so. Hast du den E-Mail schon geöffnet, oder? Ja, Mann. Okay. Hast du den von Michael Weber, den E-Mail, den E-Mail von Michael Weber, hast du schon bekommen, oder? Hast du schon mal klappriger Klabautermann geraucht? Äh, ja, aber das war letzten Monat. Das ist, das ist das Beste. Ja, das war echt super, Mann. Das ist das beste Gras von ganz normalem Dorf. Ja, das weiß ich, Mann. Das weiß, Mann. Das weiß... Ja, Mann. Das weiß ich. Das weiß ich. Das weiß ich. Komm, hier, entschuldigen Sie. Mh, mh, mh. Mh, mh. Mh, mh. Nein, Mann, ich muss arbeiten. Schau mal, ich habe deine Nummer. Morgen vielleicht komme ich rüber. Ja, komm rüber, Mann. Du bist mir herzlich willkommen. Okay, Mann, machen wir es so. Erledigen wir erst mal das. Machen wir Geld. Machen wir Profite. Klar. Und wir können dann auch mit dem Rauchen weitermachen. Natürlich. Schau mal. Hast du Computer, dein Computer an, oder? Ja. Der läuft, Mann. Okay. Öffne mal eine Seite beim Google. Das ist schon passiert. Was ist, Mann, was ist, Mann? Öffne mal eine Seite beim Google. Ja, habe ich doch schon. Ey, beruhig dich, Mann. Okay, dann schreib mal da oben. Schreib mal das, was ich dir jetzt sage. Bist du ein Partner, oder was? Hörst du mich? Ja, Mann. Hörst du mich? Ja, verstehe. Okay, dann schreib mal da. Schreib mal da oben, oben. Schreib mal A, wie Anton. Ja. N, wie Nordwest. Ja. Oder Nordpol. Hast du? Ja. Y. Y. A. Nochmal, was? Hast du? Hast du oder nein? Was denn? Hast du geschrieben A, wie Anton? Ja, Mann. Schrei mich nicht so an. Okay. N, wie Nordpol. Ja. Hast du auch geschrieben, oder? Und dann Y. Y. Okay, dann schreib mal D, wie Dora. Dora? Ja, Mann. E, wie Emil. E, wie Emil. Emil, ja. S, wie Siegfried. S, wie Schnelltester. Das ist einfach so. Oh, hast du oder nicht? Hast du S, wie Siegfried geschrieben? Ja, Mann. Abi Kaufmann. Kaufmann. Okay, sag mir jetzt, was du da oben geschrieben hast. Ah, Nüdesk. Genau, Punkt, komm. Punkt. Der Typ vorhin hat mir eine ganz andere Seite gesagt. Egal, Mann. Wir meinen es anderes jetzt. Du bist der Beste, Mann. Hast du Anüdesk.com geschrieben? Ja, hab ich. Hast du Anüdesk.com? Genau. Gib mal, okay. Suchen. Auf die Adresse. Suchen. Hab ich doch schon. Okay, dann sag mir, was jetzt kommt. Da steht was runterladen. Okay, herunterladen. Herunterladen. Sag ich wirklich. Herunterladen. Gib mal herunterladen, Mann. Diese grüne. Herunterladen. Hast du ein gutes Anzeige für Nudelwasser, Mann. Ich muss nachher noch Nudeln machen. Ich hab, ich hab, Mann. Ich hab, Mann. Krass, Mann. Du bist, du bist auch vom Bahnhof zu, Alter. Ey, wie sag's dir. Ja, Mann. Ja, Mann. Ich war, ich war, ich war. Und ich bin immer noch, Mann. Du bist immer noch beim Bahnhof? Alter, komm ich gleich vorbei, Mann. Manchmal, manchmal, manchmal bin ich da. Aber nur Wochenende. Und was kostet das bei dir, Mann? Sag mal. Natürlich, natürlich, Mann. Was kostet das bei dir? Nicht viel, Mann. Die Hälfte, was du jetzt zahlst. Das ist ja krass, Mann. Okay. Ist das heruntergeladet, oder? Ja. Ja, Mann. Okay. Sag mir jetzt, was du siehst. Öffnen einfach. Das, was du heruntergeladet hast, einfach öffnen. Ja, also, das installieren, oder was? Öffnen. Ist das das Bitcoin-Programm? Ja, es ist ein Bitcoin-Programm. Öffnen einfach. Ja. Und es ist oben, links, es ist eine Nummer. Neunstellige Nummer. Ja, Mann. Gib mir diese neunstellige Nummer, Mann. Mh, Schnee im Sommer. Ey, krass, Mann. Alter, ich seh tanzende Otter auf meinem Kühlschrank, Mann. Das ist einfach so. Haha, okay, okay, okay. Alter, ihr seid ja, ihr seid ja, rauchen klapprigen Klappauter, Mann. Und gib dir ne ganze Dose Nasenspray. Alter, das ist einfach so. Mh, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hab noch keinen Hustensaft mehr, Mann. Keiner mehr. Nein. Geh, geh mal für... Oh, schade, 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 schade. Geh mal für mich zur Apotheke, Alter. Oh. Ich, malen wir das, dann geh ich dann gleich. Ja, du bist wie mein Bruder, Mann. Okay, hast du das geöffnet, oder? Ja, Mann. Hast du das geöffnet? Ja. Okay, dann ist es oben links, es ist eine Nummer, neunstellige Nummer. Mhm. Oder? Ja, Mann. Okay, kannst du mir diese Nummer sagen? Ja, kann ich dir denn vertrauen, Mann? Sag mir. Natürlich, Mann, wir sind Brudermann. Ja, Mann, Allah, Ruach, Bar. Sag, stark. Okay. Also hör zu, ja. Gib mir diese Nummer jetzt. Neun, acht, vier. Neun, acht, vier. Sechs, vier, sechs. Okay. Neun, sechs, sechs. Okay, schau mal, ich sende dir jetzt, und du sollst das akzeptieren, einnehmen. Wen soll ich einnehmen? Siehst du? Die Pillen, Mann. Einnehmen. Ich hab mir drei Rikula in den Arsch geschoben, Alter. Ich hab dir gesendet. Nein, du hast mir gar nicht... Kulaßen, einnehmen, siehst du? Nein, da ist nichts gekommen. Ich bin gekommen bei dir. Nein, da ist nichts, Mann. Einnehmen. Da ist nichts, Mann. Einnehmen, Mann. Ich hab das... Warte kurz, warte kurz. Das läuft noch. Hier ist nichts angekommen, Mann. Warte kurz, Mann. Ich mach's nochmal. Ganz kurz. Ich schick's nochmal. Ist jetzt gekommen. Akzeptieren oder einnehmen. Da ist nichts... Ist was drauf auf dem Bildschirm? Nein, Mann, beruhig dich doch. Okay, Mann, okay. Langsam, langsam. Hast du nichts auf dem Bildschirm, oder? Nein. Es ist nichts gekommen. Nein, nein. Hast du es falsch geschrieben, Mann? Nein, nein, nein. Warte kurz, warte kurz. Ich probier's nochmal, Mann. Ganz kurz. Bist du noch Auszubildender, Mann? Ja, Mann, ganz kurz. Ja, bist du Azubi? Ich, ich... Alter, darfst du um die Uhrzeit aber gar nicht mehr arbeiten, Mann. Ich mach mir Sorgen um dich, mein Bruder. Nein, kein Problem, mein Freund. Nein, nein. Ok, ich sende dir nochmal jetzt eine Anfrage, ganz kurz. Ja, mach mal. Einfach einnehmen. Okay, schau mal, ob jetzt etwas gekommen ist. Hier ist ein Fenster gekommen. Ja, genau, Mann. Da, einnehmen, akzeptieren. Ja. Was kommt da? Genau, Mann. Jetzt siehst du mich. Alter, der Bildschirm bewegt sich. Das ist ja so krass, Mann. Ja. Okay, lass deine Maus. Beweg deine Maus nicht jetzt. Ich helfe dir, Mann. Wir sind Bruder. Krass, Mann. Okay, Mann. Hey, da sind Bilder. Da sind Bilder von mir. Ich helfe dir, Mann. Guck mal, Alter. Ich sehe dich, Mann. So, Alter. Ja, ich sehe, Mann. Ja, Mann. Du bist es, oder? Ich habe auch eine Axt. Okay, Mann. Okay. Ganz kurz, Mann. Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Ich helfe dir, Mann. Warum soll ich... Geh mal, öffne mal eine Seite beim Google. Ganz kurz, Mann. Ich helfe dir, Mann. Wo hast du das? Ah, okay, Mann. Super. Warte kurz. Ich helfe dir. Hier. Gib mal deinen Namen da. Deinen Vornamen, Mann. Schreib mal hier. Hodi, oder? Ja, Mann. Genau. Dein Geburtsdatum. Gib mal dein Geburtsdatum da. 1. Mai 74, Mann. Nochmal. 1. Mai 74. 74. Ja, Mann. Ist okay? Okay, Mann. Das ist das beste Gras im ganzen Elbental, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. So viel hast du geraucht, Mann. Puh, gib mal deine Nummer da. Deine Nummer, Handynummer. Ich habe keine Ahnung, wie meine Nummer funktioniert. Nein, warte kurz. Ich mag das. Ich mag das für dich. Lass es. Ich mag das für dich. Wir sind Brudermann. Ja. Warte kurz. Ich helfe dir. So, du kommst ins Paradies, Mann. Das verspreche ich dir. Haha, danke, Mann. Danke. Wir Kiffer passen doch auf aufeinander, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ganz kurz. Ich helfe dir. Wie heißt du eigentlich, Mann? Thomas, Mann. Thomas heiße ich. Du bist Thomas. Das freut mich. Meine Katze heißt du. Ja, Mann. Ehrlich, Mann. Wie schön. Nein, es ist gar nicht so schön. Ich habe keine Ahnung, wo das so ein Mistviech hin ist, Alter. Ehrlich. Alter, gib mal Russland ein, Alter. Ich wohne in Russland, Mann. Nein, Mann. Deutschland, Mann. Wie? Russland. Ich will aber zu Putin, Mann. Haha. Das beste Gras, Alter. Im ganzen Ostviertel. Oh. Warte, Mann. Warte, Mann. Nein, Mann, Alter. Genau. Ich will zu meinen afrikanischen Brüdern, Mann. Ja. In welchem Land, Bundesland? Deutschland, Mann. Ich meinte im Bundesland, Mann. Stadt, Stadt. Alm, oder? Ja, Mann. Ja, Mann. Postleitzahl. Wie ist die Postleitzahl? 2, 7, 9, 5, 5. 2, 7, 9, 5, 5. Okay, Mann. Ich helfe dir, Mann. Was machst du da jetzt? Alter. Warte kurz. Ich helfe dir, Mann. Ich gebe dir ein Passwort hier. Schreib mal Penis rein, Alter. Das ist cool, Mann. Penis. Okay. Ich werde auch Penis schreiben, Mann. Ja, schreib mal Penis, Mann. Penis. 5, 5. So groß ist der. Herzlichen Glückwunsch, Mann. Okay, Mann. So, machen wir das. Ich mache das für Sie, Mann. Siehst du? Okay, Mann. Ganz kurz, Mann. Ich werde dir helfen, Mann. Das ist so nett von dir. Ich zeige dir so lange noch mal meine Bilder weiter. Ich habe nur keine so tolle Webcam, Mann. Guck mal, da habe ich einen Joint in der Hand. Kannst du das sehen? Ehrlich. Guck mal. Okay, Alter. Ich sehe, Mann. Ich sehe, Mann. Krass, Mann. Und was hast du heute gemacht, Mann? Gekifft, Mann. Den ganzen Tag. Nur gerafft, oder? Ja, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Er redet die ganze Zeit, Mann. Was ist denn so ein Problem, Alter? Oh, ich habe keinen Bock in. Keine Ahnung, Mann. Geh hin und schlag ihn, Mann. Er hat heute nicht gefickt, vielleicht. Das ist scheiße, Mann. Dann geh hin und besorg es ihm, Mann. No Humble. Scheiße, Mann. Ja. Ja. Meinst du? Soll ich? Ja, Mann, Alter. Mach ihn fertig. Anlaufstand breit gehen. Ja, Mann, Alter. Ich werde das... Äh, Ehrlich. Ja, Mann. Voll ich. Sauber, Mann. Ja, Alter, ja, Alter. Ja, Alter, ja, Alter. Ja, Mann. Ich sag's dir, Mann. Ey, möchtest du eins von den Hühnern haben, Mann? Ja, Mann. Welches? Möchte ich dir eins aus? Mh, Hans. So, ich helfe dir gleich, Mann. Ja, du wolltest Hustensaft bringen, Mann. Du bringst jetzt den Hustensaft rein. Oh, ich werde das. Ich werde das machen. Krass. Was sollst du bringen? Okay, Alter. Warte, Mann. Geh mal kurz da, wo wir waren, Mann. Da, wo wir waren vorher. Geh mal kurz da. Zur Reeperbahn oder was? Beim Google. Beim Google. Geh mal beim Google, wo du vorher warst, Mann. Beim Google. Genau, hier. Oh, Mann, 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 Mann. Warte kurz. Warte, 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 warte. Ich zeig dir mal was. Warte kurz, Mann. Warte, Mann. Warte, ich will dir helfen, Mann. Warte kurz. Guck mal, Alter. Es gibt Beweise, dass Angela Merkel eine Ex ist, Alter. Guck mal. Lass, Mann, lass, Mann, lass, Mann, ganz kurz, ganz kurz. Die ist ein Leguan, Alter. Kannst du dir das vorstellen? Da gab es auch irgendwo noch ein besseres Speed. Guck mal, Alter. Das ist Angela Merkel, wenn sie aufsteht morgens. Scheiß Adblocker, Alter. Guck mal, Alter, das ist Peer Steinbrück. Ich seh, Mann, ich seh, ich seh, Mann, ich seh, Mann, ich seh. Das ist scheiß Reptilien, Mann. Guck dir das an. Ich seh, Mann. Guck, Alter, Alter, haben die den Lockdown beschlossen, Alter. Scheiß Krokodil im Bundestag, Mann. Ein scheiß Krokodil, Alter. Ja, Mann, Alter, ganz kurz, Mann, ganz kurz, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Lass mich das Maus, bitte. Ich werde dir helfen, das alles machen. Warte kurz. Wo waren wir vorher, Mann? Ja, vorher waren wir bei dem Bild, Mann, Alter. Alles einfach so. Warte, Mann, was hast du da gedrückt, Mann? Wir waren da, zu... Warte, 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 warte. Okay. Ich wollte dir das Bild schicken mit Dateiübertragung. Warum kann ich dir nichts schicken, Mann? Hey! Wo ist er denn? Hey! Komm mal ran da! Lass mich ran da, wenn sie will, ja. Hey! Ist er noch da? Anydesk ist weg. Voran ist er noch. Hey! Kollege, Schnürschuh, Mann. associ unos. заг說ünelt mal. Hey! MJ-5-5-5-5-5-6-5-5-6-6-6-6-5-6-6-7-7! Dairn. Jetzt haben wir mal An�-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-7-1.